Mein Name ist Martin und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal Produziere Deine Musik. Ich habe dir in den letzten Videos schon sehr viele unterschiedliche Audioeffekte von Ableton Live vorgestellt und im heutigen Video möchte ich dir den Audioeffekt vorstellen, den ich am häufigsten verwende und das ist der EQ8. Neben dem EQ8 gibt es in Ableton Live auch andere Equalizer, nämlich den Channel EQ und den EQ3. Von den Equalizern in Ableton Live ist der EQ8 aber in jedem Fall der leistungsfähigste, mit dem man für alle Anwendungsfälle verwenden kann und mit dem man wirklich sehr viele unterschiedliche Dinge tun kann. Und eben weil es für den EQ8 so viele Anwendungsfälle gibt und so viel zu erklären gibt, werde ich dir jetzt das Video in zwei Teile teilen. Das heißt im ersten Teil, nämlich in diesem hier, sehen wir uns die ganzen Einstellungsmöglichkeiten an. Also was kannst du mit dem EQ8 alles machen, welche Parameter Einstellungsmöglichkeiten gibt es und wie funktioniert das Ganze. Und im zweiten Video werden wir uns dann Anwendungsfälle anschauen, also wofür du den EQ8 jetzt in deinen Produktionen verwenden kannst. Ich habe euch jetzt hier ein Ableton Live-Projekt vorbereitet mit einem gesamten Track, mit einem Synthesizer daraus und mit einer zusätzlichen Hi-Hat, die vorne nicht vorkommt, um euch jetzt die verschiedenen Dinge im EQ8 zu zeigen. Wir werden uns das meiste jetzt hier einmal mit diesem Track hier anschauen. Wenn wir uns jetzt den EQ8 anschauen, dann sehen wir, dass wir hier unten acht unterschiedliche Equalizer-Bänder haben. Das heißt acht unterschiedlich einstellbare Equalizer. Diese acht Bänder hier, die kann ich auswählen, indem ich einfach draufklicke und hier links habe ich dann die Regler, mit denen ich hier dieses Band einstellen kann. Das heißt ich sehe auch, wenn ich jetzt hier draufklicke, dass sich die hier von der Frequenz verändern, weil die hier auch an anderen Stellen von der Frequenz stehen. Und ich habe hier einerseits die Frequenz, die ich immer einstellen kann, einen Genwert und dann hier noch ein Q. Wir sehen uns das Ganze jetzt einfach einmal auch für die unterschiedlichen Arten von Filtern, die ich hier einstellen kann, an. Also das Erste, was ich hier oben auswählen kann, ist ein Low-Cut-Filter beziehungsweise High-Pass-Filter. Und den gibt es hier in zwei verschiedenen Ausprägungen. Das heißt hier in der Ausprägung mit der Absenkung um 12 Dezibel pro Oktave oder ich kann das Ganze hier auch mit dem mal 4 nehmen. Dann habe ich den hier wesentlich steiler und dann habe ich hier 48 Dezibel, die von der Lautstärke pro Oktave abgesenkt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier von meiner Frequenz von, was ich setzen, wir jetzt das zum Beispiel auf 440 Hertz und ich würde jetzt von diesen 440 Hertz hinübergehen auf 220 Hertz. Das wäre genau eine Oktave. Dann bedeutet das, dass die Frequenzen bei 220 Hertz hier schon um 48 Dezibel abgesenkt werden. Bei dem Low-Cut-Filter habe ich hier kein Gen, das ich einstellen kann, weil das Gen ergibt sich ja über diese 12 Dezibel Absenkung beziehungsweise 48 Dezibel Absenkung. Ich habe hier aber ein Q, das ich einstellen kann und das ist in diesem Fall jetzt hier die Resonanz, die ich einstelle. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hochdrehe, dann habe ich eben eine hohe Resonanz und wenn ich das nach unten drehe, dann habe ich hier eine geringe Resonanz. Und dann habe ich hier unten noch einen, bei dem 1er hier das Ganze aktiviert. Wenn ich da draufklicke, dann wird hier dieser Filter deaktiviert. Das heißt, ich deaktiviere mir jetzt hier auch einmal die anderen, weil ich die nicht brauche, weil wir hier jetzt einmal nur mit dem einen arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier nur mein erstes Band aktiviert. Übrigens, wenn du jetzt nicht alle 8 Bänder verwendest, sondern du verwendest, wie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel nur eines, dann ist das immer eine gute Idee, die anderen Bänder zu deaktivieren, weil du damit CPU-Leistung sparst. Das heißt, ich stelle jetzt hier einmal dieses Q wieder zurück. Ich stelle jetzt hier die Frequenz einmal komplett runter und ich spiele jetzt hier meinen Track ab. Und jetzt, wenn ich die Frequenz erhören und du hörst, wie die tiefen Frequenzen herausgefiltert werden. Das Signal immer dünner und dünner und dünner wird. Und wenn ich jetzt hier mit der Resonanz hochgehe, dann hörst du das Ganze noch viel, viel stärker, wenn ich jetzt hier mit meiner Frequenz durchgehe. Erinnert dich jetzt vielleicht auch an Dinge, die du mit dem Autofilter machen kannst? Ja, und genauso wie es jetzt hier diesen Low Cut gibt, gibt es auch einen High Cut. Den findest du hier in der Liste ganz unten. Und bei dem High Cut, der funktioniert jetzt genauso wie der Low Cut, nur dass er mir eben die hohen Frequenzen wegnimmt. Und den gibt es hier auch wieder einmal mit den 12 Dezibel Absenkung pro Oktafe und dann auch hier wieder mit dem 24 Dezibel Absenkung pro Oktafe. Und du kannst hier auch wieder die Resonanz einstellen und hier die Frequenz einstellen. Hören wir uns das Ganze ganz kurz auch einmal mit einem Soundbeispiel an. Also in dem Fall werden eben hier die hohen Frequenzen herausgefiltert. Dann haben wir jetzt hier als nächstes noch zur Auswahl den Low-Shelf-Filter. So ein Low-Shelf-Filter, der ist dazu da, um eben tiefe Frequenzen anzuheben. Das heißt, hier ist dieser Gen-Parameter jetzt aktiviert und ich kann hier tiefe Frequenzen anheben oder ich kann auch tiefe Frequenzen mit diesem Low-Shelf absenken. Und über das Queue kann ich eben einstellen, wie steil diese Anhebung oder Absenkung sein soll. Das gleiche gibt es hier auch mit einem High-Shelf. Das heißt, beim High-Shelf kann ich hier genauso dann hohe Frequenzen anheben oder hohe Frequenzen absenken. Und dann haben wir hier noch eine Bell-Curve. Das heißt, das Ganze hat jetzt hier so eine Glockenform. Das heißt, ich kann eben genau hier diese eine Frequenz anheben oder diese eine Frequenz absenken. Und über das Queue kann ich eben einstellen, wie schmal dieser Bereich sein soll oder wie breit dieser Bereich sein soll, um diese Frequenz, den ich anhebe oder absenke. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier noch einen Notch-Filter. Der Notch-Filter, der ist eben nur für die Absenkung da. Der Gen-Parameter ist hier wieder deaktiviert. Das heißt, der nimmt mir eben jetzt hier diese Frequenz heraus. Ich kann aber mit dem Queue wieder einstellen, wie breit dieses Band sein soll, das ich hier herausnehme. Und ich kann mit der Frequenz wieder einstellen, was ich hier herausnehme. Hören wir uns das Ganze vielleicht auch einmal als Soundbeispiel an. Also ihr hört hier, wenn ich so durchgehe, wie eben dann immer eine Frequenz fehlt. Ja, und umgekehrt kann ich hier auch diesen Bell-Curve EQ nehmen. Und mit dem kann ich eben nicht nur absenken, sondern ich kann mit dem auch anheben. Das heißt, das Ganze hört sich dann so an, wenn ich jetzt hier mit meinem Bell-Curve durchgehe. Ja, und diese Parameter, die kannst du eben nicht nur hier links mit diesen drei Regeln einstellen, sondern du kannst so wie auch bei diesen ganzen anderen Audio-Effekten, die wir uns davor schon angeschaut haben, kannst du einfach hier den Punkt nehmen, mit der Maus draufklicken und kannst ihn von links nach rechts ziehen, um eben diese Frequenz zu ändern, bzw. hier von oben nach unten verschieben, um das Gehen zu ändern. Und du kannst eben hier noch diese Option bzw. Alt-Taste halten, um die Breite, also hier dieses Queue zu verstellen, indem du dann, während du diese Option bzw. Alt-Taste hältst, mit der Maus nach oben oder unten ziehst. Ja, und hier unten kannst du dir eben dann weitere Filter hier, weitere Bänder aktivieren und kannst hier unterschiedliche EQs einstellen und kannst hier deinen Sound eben genau so formen, wie du ihn haben willst. Was du auch machen kannst, du kannst hier auf diesen kleinen Pfeil klicken und wenn du auf diesen kleinen Pfeil hier klickst, dann öffnet sich hier oben diese Ansicht ganz groß, in der du einstellen kannst, wie dieser EQ aussehen soll und unten hast du dann nicht mehr nur, wie wir es gesehen haben, hier diese Regler für eines von den Frequenzbändern, sondern du hast hier für alle Frequenzbänder gleichzeitig die Regler angezeigt und kannst die hier im Prinzip gleichzeitig bearbeiten und verstellen. Und während du das Ganze hier umgeschalten und aktiviert hast, hast du hier links noch ein paar zusätzliche Regler und die zeigen eben an, wie du hier in deiner Grafik drinnen die Darstellung verändern kannst. Du kannst hier einerseits eben einstellen, wie groß diese Blöpke sein sollen, die hier analysiert werden. Du kannst einstellen, wie schnell das Ganze refreshed werden soll. Also du kannst das eben einstellen, dass das nur alle 200 Millisekunden refreshed wird oder eben alle 40 Millisekunden refreshed wird. Standard-Einstellung hier 60 Millisekunden und du hast dann hier noch ein Average, was du einstellen kannst. Das heißt, dass er hier, wenn das Ganze jetzt erhöht wird, dir nicht einfach die Werte anzeigt, die jetzt im Moment gerade zu hören sind, sondern er zeigt dir dann zum Beispiel hier den Durchschnitt aus den letzten 8 Werten an. Das heißt, was du hier siehst, ist, dass sich deine Kurve einfach viel langsamer bewegt. Und genauso wie wir das Ganze auch aus dem Spectrum Analyzer kennen, siehst du eben hier, wenn du durchfährst bei den Frequenzen auch, welche Töne hast du. Du siehst auch von oben unten, bei welcher Lautstärke bist du gerade und siehst das eben genau angezeigt. Wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel einklappst, dann siehst du hier das nicht. Das heißt, du hast hier keine Anzeige von der Frequenz, keine Anzeige von der Lautstärke. Wenn du das ausklappst, hast du das hier noch zusätzlich. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und hier einfach draufklickst und das Ganze verziehst, tust du dir vielleicht auch leichter, wenn du hier unten in der Anzeige gleich siehst, welchen Tönen das eigentlich entspricht. Weil du nämlich dann für deinen Equalizer genau die Frequenzen erhöhen oder absenken kannst, die einer genauen Tonhöhe entsprechen. Ich werde mir aber die weiteren Parameter jetzt mit dir in der ganz normalen Standardeinstellung hier ansehen, weil ich denke, dass das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist und nicht zu überladen ist und daher sich von der Darstellung ein bisschen besser eignet, um das Ganze zu erklären. Du hast dann hier rechts noch weitere Parameter. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit einzustellen, ob eben diese Analyse vom Signal angezeigt werden soll. Das heißt, wenn du das jetzt hier deaktivierst, dann wird hier einfach nichts mehr angezeigt und wenn du das wieder aktivierst, wird das Ganze wieder angezeigt. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt dich von dem Optischen gar nicht beeinflussen lassen willst und du willst einfach deinen Equalizer rein nur nach Gehör einstellen, dann ist es eine gute Idee, wenn du das Ganze hier einfach deaktivierst und dich dann eben rein auf dein Gehör verlässt. Dann die nächste Einstellung hier, die ist eine besonders mächtige Einstellung. Das heißt, du kannst hier einstellen, ob du das gesamte Stereo-Signal, das heißt das gesamte Signal linker, rechter Kanal zusammen hier bearbeiten willst mit einem Equalizer. Das ist übrigens die Standard-Einstellung. Oder du kannst einstellen, dass du hier nur linke und rechte Seite getrennt einstellen willst. Das heißt, du hast dann hier einerseits die Möglichkeit über Edit eben linke Seite einzustellen oder drauf zu klicken und dann hast du hier den ganzen Equalizer noch einmal für die rechte Seite. Und du könntest dann hier deine rechte Seite zum Beispiel vom Equalizer hier anders einstellen. Das heißt, du erzeugst dann hier auch ein breiteres Stereo-Image, weil du eben die linke und die rechte Seite anders einstellst, damit andere Frequenzen auf der linken und rechten Seite betont hast und sich das Ganze dann auch mehr nach Stereo bzw. breiter anhören kann. Und du hast hier die Möglichkeit auch stattdessen MS, also mit Side-EQ einzustellen. Das heißt, in dem Fall hast du dann nicht die linke und rechte Seite, die du einstellst, sondern du hast eben die Mitten, die du einstellst und die Seite. Was heißt das? Also die Mitte ist das Signal, das du sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite hörst. Das heißt, der Anteil von deinem Sound der Mono ist und die Seite ist das, was nur entweder links hörbar ist oder rechts hörbar ist. Das heißt, das, was eben nicht in der Mitte ist, was eben nicht Mono ist, sondern die Anteile, die nur auf einer von deinen beiden Kanälen zu hören sind. Dann hast du hier direkt drunter die Möglichkeit, Adaptive-Cue einzustellen. Was bedeutet das? Sehen wir uns das Ganze mal hier anhand von diesem Band 6 an. Ich ziehe das mal hier ein Stückchen nach oben. Also standardmäßig ist hier jetzt Adaptive-Cue auf eingestellt und das bedeutet, wenn du jetzt hier den Gen erhöhst, dann passt sich auch das Cue an. Das heißt, das Ganze wird etwas schmäler, damit die Gesamt-Lautstärke nicht so stark steigt. Und wenn du das jetzt hier absenkst, dann siehst du, dass das ganze Cue hier ein bisschen breiter wird. Sieht man jetzt besonders stark, wenn ich jetzt hier das Adaptive-Cue abschalte, dann seht ihr, wie die Linie springt. Das Ganze wird viel breiter. Das heißt, wenn ich Adaptive-Cue abgestellt habe, ist es egal, ob ich jetzt hier den Gen erhöhe oder absenke. Die Breite ist immer die gleiche. Während wenn ich Adaptive-Cue aufdrehe, dann wird es eben schmäler, wenn ich hier lauter bin und wenn ich hier leiser werde, wird das Ganze breiter. Also insbesondere bei starken Genwerten sehe ich hier einen sehr deutlichen Unterschied. Dann habe ich jetzt hier drunter noch einen Scale-Parameter. Der Scale-Parameter macht das, dass er jetzt bei den Filtern, wo ich einen Genwert habe, das heißt Filter, wo ich einen Genwert habe, wäre hier der Bell-Curve und der Low-Shelf und der High-Shelf. Bei dieser würde dann hier durch den Scale-Parameter eingestellt werden, wie stark dieser Genwert wirkt. Das heißt, ich kann den Genwert bis auf 200 Prozent hinaufstellen oder ich kann den Genwert auch bis auf 0 Prozent hinunterstellen. Und wenn ich den auf 0 Prozent stelle, hätten jetzt hier diese Filter gar keine Auswirkung. Während zum Beispiel hier der Low-Cut-Filter, der hat hier keinen Genwert und egal was ich jetzt hier mit Scale einstelle, an dem Low-Cut-Filter ändert sich nichts. Das gleiche gilt jetzt hier auch für den Notch-Filter, der hat nämlich auch keinen Genwert und der High-Cut-Filter, der hat auch keinen Genwert. Ja, dann direkt darunter sehe ich jetzt noch einmal ein Gen. Wir erinnern uns, wir haben ja sowieso hier bei jedem einzelnen Filter, bei jedem einzelnen Band haben wir einen eigenen Genwert, den wir einstellen können. Also wieso gibt es jetzt hier am Schluss noch ein Gehen? Ja, wenn ich jetzt hergehe und wenn ich jetzt hier meinen Equalizer einstelle und ich gehe jetzt zum Beispiel her und hebe hier unterschiedliche Frequenzen an, dann wird ja das gesamte Signal lauter. Und um eben das zu kompensieren, dass hier das gesamte Signal lauter wird, kann ich jetzt hier das komplette Signal einfach von der Lautstärke her absenken, damit es nachher nicht einfach zu laut wird und es zu Übersteuerungen kommt. Umgekehrt kann es auch sein, dass ich hier meinen Equalizer so einstelle, dass ich hier diverse Frequenzen absenke und weil es eben hier in Summe zu vielen Senkungen von Frequenzen kommt und damit das gesamte Signal leiser wird, könnte ich dann hier kompensieren, indem ich meinen Genwert einfach ein bisschen erhöhe. Jetzt hätte ich fast vergessen, dir zu erklären, was denn hier dieses kleine Kopfhörer-Symbol bedeutet. Und das kleine Kopfhörer-Symbol, wenn du das hier anklickst und aktivierst, bedeutet das, wenn du jetzt hier dein Frequenzband hast und hier, ich nehme jetzt hier einen Bell-shaped EQ und ich spiele das Ganze ab und ich nehme den und halte ihn fest. Dann in dem Moment, wo ich ihn festhalte, höre ich nur noch ganz genau die Auswirkung, die mir hier dieser eine Filter macht. Und ich kann dann hier zum Beispiel durchziehen und kann mir hier genau die Frequenzen vom Gehör her raussuchen, die ich eigentlich bearbeiten will. Und dann denke ich mir hier zum Beispiel, da höre ich so einen Pfeifen, das gefällt mir nicht so. Und dann kann ich das hier einfach nehmen und absenken und dieses Pfeifen ist weg. Ja, aber ich kann das Ganze natürlich nicht nur mit einem Bell-shaped EQ machen, ich kann das mit allem machen. Ich kann mir hier zum Beispiel auch einen Low-Shelf hernehmen, kann mir hier genau anhören, welche Auswirkung hat denn jetzt eigentlich hier dieser Low-Shelf. Was senkt er ab, was hebt er an? Und dann, wenn ich es loslasse, höre ich wieder den gesamten Sound inklusive dieser Auswirkung. Du hast jetzt aber hier nicht nur diese Einstellungsmöglichkeiten, die wir alle gerade durchgegangen sind, sondern du hast dann noch die Möglichkeit, du kannst hier mit der rechten Maustaste draufklicken und hast dann im Kontextmenü hier noch ein paar weitere Einstellungen. Das heißt, du hast grundsätzlich die Möglichkeit, du kannst hier auch die Mitte auf die Seite kopieren oder du kannst die Seite auf die Mitte kopieren. Das gleiche gibt es übrigens auch bei Left-Right, also linker, rechter Kanal getrennt. Da kannst du die linke Seite auf die rechte kopieren oder die rechte Seite auf die linke kopieren. Sehen wir uns das gleich einmal an. Also angenommen, ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt die linke Seite einfach auf die rechte Seite kopieren. Dann gehe ich jetzt hier in mein Kontextmenü rein, sage kopiere links nach rechts, klicke drauf und die rechte Seite ist genau gleich wie die linke Seite. Und jetzt könnte ich anfangen, eben hier diese rechte Seite weiter zu bearbeiten und ein bisschen von der linken abweichen zu lassen. Dann unterhalb von diesem Kopieren habe ich hier noch alle Genwerte zurücksetzen. Das heißt, sämtliche Genwerte, die ich jetzt hier habe, die werden dann alle zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ist das Ganze hier wieder komplett flach. Das heißt, ich habe hier alle Genwerte zurückgesetzt. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel einen Low-Card-Filter habe, wir erinnern uns, der Low-Card-Filter hat keinen Genwert und ich sage hier alle Genwerte zurücksetzen, dann bleibt mir der Low-Card-Filter halten. Das heißt, das Ganze wirkt natürlich nur auf diese Filter, die auch Genwerte haben. Wir erinnern uns, das ist der Bell-Curve, der eben einen Genwert hat und der Low-Shelf und der High-Shelf. Ja und zu guter Letzt hast du hier in dem Kontextmenü auch noch Oversampling zum Auswählen. Was heißt Oversampling? Das heißt, du hast ja intern hier eine gewisse Sample-Rate, die eingestellt ist, mit der du das Ganze bearbeitest. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel den CD-Standard hernimmt, dann hätte man hier eine Sample-Rate von 44.100. Das heißt, 44.100 Mal pro Sekunde wird abgefragt, wo gerade sich dieser Wert von meiner Schallwelle befindet und das Ganze wird eben dann digitalisiert abgespeichert. und wenn ich jetzt hier auf Obersampling gehe, heißt das, dass ich hier noch rein rechnerisch mir noch mehr Samples ausrechnen kann, also noch mehr unterschiedliche Werte ausrechnen kann und das macht dann einen Unterschied, insbesondere bei den hohen Frequenzen. Das heißt, bei den hohen Frequenzen kann es eben sein, dass ich dann hier das Ganze mit einer noch etwas besseren Qualität erreiche. Bei den niedrigen Frequenzen ist es so, dass sich die Frequenz so langsam, also diese Schallwelle so langsam ändert, die ist eine sehr große Schallwelle, dass die niedrigere Sample-Rate eigentlich keinen Mehrwert mehr an der Qualität bringt. Ja, was ich euch auch noch auf den Weg mitgeben möchte ist, wenn ihr hier so EQ einstellt, ich meine, das kann man natürlich irrsinnig gut reduzieren, man hört sich nur noch genau das eine an, nur noch genau den einen Filter und nicht einmal mehr das Ganze, sondern genau die Auswirkungen, die dieser Filter hat und so weiter. Bitte vergesst nicht, dass das immer wichtig ist, wie sich diese ganzen Änderungen auch im Gesamt-Track anhören. Das heißt, wenn ihr jetzt hier viele Spuren habt, ihr solltet natürlich nicht nur hier hören, wie sich diese eine Filter auswirkt, ihr solltet auch nicht hören, wie sich dieser Equalizer nur auf dem einen Track auswirkt, sondern ihr solltet euch auch immer wieder anhören, wie sich das Ganze im gesamten Track mit allen Spuren anhört und dann hier so AB-Vergleiche machen, das heißt Equalizer ausschalten, einschalten, während man den gesamten Track hört und hören, ob sich das Ganze mit euren Veränderungen wirklich besser anhört oder ob sich das Ganze schlechter anhört. Und genauso wie ihr hier ein- ausschaltet in Equalizer, könnt ihr auch hier nur einzelne Bänder hier ein- und ausschalten und könnt eben hier auch, während ihr den gesamten Mix hört, hören, ob jetzt durch eure Änderungen sich das Ganze besser anhört oder ob es sich damit schlechter anhört. Ja, und das war jetzt auch schon der Überblick über sämtliche Parameter von dem EQ8. Im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wofür du den EQ8 jetzt eigentlich praktisch verwenden kannst. Das heißt, wie setzt du den jetzt eigentlich, nachdem du verstehst, wie er funktioniert, wie du ihn einstellst, wie setzt du den jetzt eigentlich in deine Musikproduktionen ein. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mir die unten in die Kommentare posten und ich werde sie dir gerne beantworten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen hoch oder abonniere am besten meinen Kanal und vergiss die kleine Glocke nicht, damit du in Zukunft keine Videos verpasst. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Produzieren. Bis bald. Tschüss! 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 Vielen Dank.